Erscheint dir etwas unerhört? Bist du tiefsten Herzens empört? Bäume nicht auf. Versuch's nicht mit Streit. Berühr es nicht. Überlass es der Zeit. Am ersten Tage wirst du feige dich schelten. Am zweiten lässt du dein Schweigen schon gelten. Am dritten hast du's überwunden. Alles ist wichtig nur auf Stunden. Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter. Zeit ist Balsam und Friedensstifter. Abwechslung